Herzlich Willkommen bei der Pressekonferenz zur ArtPool. Vielleicht zwei, drei Sachen eingangs. Die ArtPool wird veranstaltet vom BZK. Wir zeigen Kunst als lokaler Veranstalter und organisiert bzw. konzipiert und ausgeschrieben und mit den entsprechenden Printmedien und Ähnlichem versehen wird es von der Kunstfirma Köln. Was an diesjährigen ArtPool vielleicht besonders erwähnenswert ist, ist, dass wir nach zweijährigem Lauf hier im Walzwerk jetzt soweit sind, dass die Akzeptanz auf Seiten der Künstler so groß geworden ist, dass wir eine enorme Zahl von Bewerbungen haben, 270 etwa, von denen 250 dann auch komplett waren. Und dankenswerterweise ist sowohl das Walzwerk uns entgegengekommen mit mehr Räumlichkeiten, sodass wir quasi mehr als das Doppelte an Ausstellern haben als in den vergangenen Jahren. Bezüglich der Akzeptanz auch noch wichtig, was wir feststellen, ist halt, dass es offensichtlich ein solches Format, was den Künstler in die Mitte des Interesses stellt, auf dem Kunstmarkt braucht. Das zeigen uns die große Zahl und die hohe Qualität der eingereichten Bewerbung. Die Stadt hat bei der Stadt Pulheim von Anfang an ein hohes Interesse erweckt und auch eine hohe Bereitschaft, es zu begleiten. Und in diesem Jahr, das ist total klasse, ist die Stadt dann auch relativ unproblematisch mit an Bord gekommen, indem die Auslobung des Kunstpreises, der jedes Jahr vergeben wird, in diesem Jahr von der Stadt übernommen worden ist, was für uns einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt in der Entwicklung der ganzen Geschichte ist. Vorher kommen die Künstler? Wir haben ein ganz, ganz, ganz weites Spektrum. Also ich glaube, im Norden ist es irgendwo Schweden, im Süden ist es Spanien, im Westen ist es Portugal, im Osten ist es, glaube ich, Rumänien. Also es ist eine ganz, ganz bunte Mischung auch dieses Jahr wieder. Und also kommt natürlich ein Großteil aus dem Kölner Raum, Nordrhein-Westfalen, aber auch aus Deutschland, aus Stuttgart, Österreich. Auf unserer Seite gibt es eine animierte Karte, wo man sieht, wo die Leute herkommen. Also das ist für uns natürlich auch toll zu sagen, wir sind hier nicht so ein kleines Kuckucksheim, sondern das Ding öffnet sich und wird mittlerweile europaweit wahrgenommen. Das ist nach drei Jahren mit so einem Format schon. Und auch mehrere Puhlhammer-Künstler sind auch wichtig. Und es ist auch, ja. Die dürfen wir nicht vergessen, die sind natürlich auch wichtig. Nein, natürlich. Also die letzten beiden Jahre war ich schon ja immer zur Eröffnung hier. Und wir haben das mit großem Interesse auch immer verfolgen. Ich hatte auch schon im Rahmen des Neujahrsempfangs gesagt, dass ich es für wichtig halte, die Zusammenarbeit zwischen den städtisch organisierten Veranstaltungen und eben dem, was hier im Walzwerk sich tut, zu verbessern. Insbesondere, darf ich ja auch sagen, mit der Preisverleihung des Kulturpreises an das Projekt WZK, das ist damals auch auf ausdrücklichen Vorschlag der Stadt, ja, erfolgt. Und da freuen wir uns auch. Wir finden, dass das, was hier im Walzwerk stattfindet, toll. Da ist ein Projekt, die Art Pool, das ist ein ganz wichtiges Projekt. Und wir haben eben überlegt, in Absprache eben hier mit den Veranstaltungen, den Organisatoren, wie können wir uns da mit einbringen. Und da erschien uns dann eben die Verleihung dieses Preises ein gutes Format, um sich da zu beteiligen. Also unsere Ambition ist tatsächlich eine große Vielfalt zu zeigen. Wir werden sehen, wir haben also relativ viel skulpturale Arbeiten, weil wir auch sehr schöne Plätze dafür haben. Deshalb konnten wir sehr viel Skulptur platzieren in diesem Jahr. Wir haben ein paar Arbeiten, die installativ sind, also wo es tatsächlich auf eine Rauminstallation hinausläuft. Das Gros macht natürlich Malerei in jeder Fasson aus. Also vom Hyperrealismus bis zum Installieren ist die ganze Palette der heutigen aktuellen Kunst dabei. Gibt es Trends? Also ich habe jetzt bemerkt, beim wiederholten Schauen unserer Auswahl, dass es ein Trend offensichtlich ist, im Bereich Fotografie sehr vielfältig aufgestellt zu sein. Also von der vielfach überarbeiteten Fotografie bis zur dokumentarischen Fotografie, bis zur inszenierten Fotografie. Wir haben also eine ganz tolle Bandbreite an fotografischen Arbeiten. Da sehe ich einen Trend. Einen weiteren Trend sehe ich tatsächlich auch in allem, was rund um Realismus im Malerischen ist. Also das geht dann von experimentellem Realismus bis zum Hyperrealismus. Der Mensch als Objekt der Darstellung wird auch wieder immer stärker. Wir hatten ja mal eine Zeit, wo man das nicht so gerne geguckt hat, also Menschen auf Bildern. Das ist ganz anders. Wir haben da eine unglaubliche Vielzahl an Bewerbungen, wo es tatsächlich um das Thema Mensch, menschliche Beziehungen, menschliche Individuen, menschliche Befindlichkeiten geht. Wie viel Ausstellungsfläche steht Ihnen hier zur Verfügung? 4.000 Quadratmeter. Wir zeigen, die jungen Damen sitzen hier, junge Absolventinnen der Alanus-Hochschule im Atelier drüben. Das heißt, wir decken auch die junge Kunst ab. Also das, was nachwächst. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn die von der Akademie oder Hochschule kommen, haben die immer das Problem, wo kann ich ausstellen. Und das versuchen wir hier auch schon mit unseren normalen WZK-Projekten zu realisieren. Und jetzt hier in dem Fall, ich kenne alle vier, ich kenne ihre Künste und stelle sie jetzt hier im Rahmen der Art Pull aus. Das heißt, auch junge Kunst wird es zu sehen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.